Ja, hi! Hier sind Mel und Uli. Hi! Hier sind Mel und Uli. Und... Und Mel und Uli. Okay, nochmal. Ich bleibe jetzt ganz ernst. Absolut. Hallo, hier sind... Für... Die... Die... Oma. Sagt man bei Sofakultur? Ne. Gleich nochmal. Hi, hier sind Mel und Uli. Wir freuen uns tierisch, denn am 6. Mai um 19 Uhr sind wir zu Gast bei der Reihe Sofakultur der Braunschweiger Bürgerstiftung. Stiftung. 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 Hi! Hier sind Mel und Uli. Und wir freuen uns tierisch, denn am 6. Mai um 19 Uhr sind wir zu Gast bei der Reihe Sofakultur der Braunschweiger Bürgerstiftung. Es gibt eine Menge wunderbare Musik und uns zwei. Stay tuned. Wir freuen uns auf euch. Bis dann! Bis dann. Bis dann. Bis dann!